Loredana war nun über einen Monat nicht mehr an der Seite von Ehemann Mozik. Gerüchten zufolge auch gar nicht mehr möglich, denn die beiden sind getrennt. Für die Leute, die sich immer fragen, was passiert mit Tochter Hannah? Sie ist anscheinend bei der Mutter. Doch an der Seite von Loredana ist aktuell ein ganz anderer Mann. Immer wieder verlinkt sie einen bestimmten Typen. Eigentlich ist er der Beschützer von der Rapperin, seine genaue Rolle in der ganzen Geschichte ist aber nicht ganz schlüssig. Doch nun wählt sie einen bestimmten Song und verlinkt ihn auf Instagram erneut. Beim genauen Hinhören könnte es eine indirekte Anspielung auf Mozik sein. Was will Loredana uns damit bloß sagen? Was denkt ihr, was hat Loredana mit der Sache zu tun und richtet sich das ganze wirklich an Mozik? Ich bin gespannt auf eure Meinung, hinterlasst mir gerne einen Kommentar und seid auch beim nächsten Mal dabei. Ich freue mich auf euch!